Ring 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 Vanannaphone Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 Und in diesem Video geht es um ein ganz interessantes Thema Für mich, für euch wahrscheinlich nicht So wie immer Ich habe euch letztens mein Bild von dem Hauptcharakter Also das Artwork von dem Hauptcharakter Von meinem aktuellen Spielprojekt gezeigt Und daraufhin meinte der Herr Evermore's Secret in den Kommentaren Dass seine Version rote Haare hätte und eine Banane in der Hand Worauf Mimi diese Version erstellt hat Quasi editiert hat, mein Originalbild Und das fand ich so witzig Dass sie das tatsächlich gemacht hat Und ich fand die Idee so gut Dass ich jetzt noch selber noch eine zusätzliche Version gemacht habe Nämlich diese hier Als Dragon Ball Super Saiyajin Style Und ich möchte jetzt dazu aufrufen Auch an alle, die das nicht wirklich gut können Selbst eine Version zu erstellen Ich habe dafür ein Donja-Meme-Template erstellt Und ich werde euch das jetzt mal kurz demonstrieren Aber vorher noch Was habt ihr davon, wenn ihr es tut? Ganz einfach Erstens ist es lustig Und ihr bringt mich zum Lachen Das wäre doch schon mal ein Anfang Und zweitens würde ich jedes Bild, was mir eingesendet wird Ich hoffe, das werden nicht zu viele Aber ich denke mal, da werden sicherlich gar keine kommen Aber egal Jedes Bild, was mir eingesendet wird Wird in meinem neuen Spiel auftauchen Direkt im Spiel, irgendwo in irgendeinem Menü Kann man dann die Bilder angucken Und natürlich auch Innerhalb des Spielordner Werden diese Bilder natürlich auch vorhanden sein Und ich werde natürlich Eure Namen In das Spiel einbauen Also von denjenigen, die mir solche Bilder einreichen Wie gesagt, das werden nicht viele sein Aber jeder, der es tut Bis das Spiel released ist Also das wird noch eine ganze Weile dauern Ihr habt also noch Zeit So lange habt ihr Zeit Bis das Spiel released ist Und jeder Wirklich jeder Egal wie billig die Version aussieht Jeder wird Im Spiel auftauchen Aber jeder nur einmal Bitte nicht Fünf Varianten einsenden Sondern wirklich jeder nur einmal Okay Kommen wir jetzt zu meinem Template Also zu meiner Vorlage Ganz einfach Diese besteht hier aus ein paar Ebenen Hier auf der rechten Seite seht ihr das Einmal der Text hier oben Den könnt ihr ausblenden Ersetzen Wie auch immer Verschieben Jederzeit Könnt ihr damit machen, was ihr wollt Ups So Könnt ihr wie gesagt Verschieben oder ersetzen Was anderes hinschreiben Was ihr so lustig findet Egal, bringt mich zum Lachen Habt Irgendeine tolle Idee Bringt mich zum Lachen Seid kreativ Dann habt ihr die Original Donja Hier als Ebene Die werdet ihr aber wahrscheinlich Nicht brauchen Die könnt ihr dann Deaktivieren Oder einfach Löschen Oder halt Nicht löschen Sondern einfach nur Ausblenden Dann habt ihr hier die Finger Die habe ich ausgeschnitten Die könnt ihr Auch verschieben Ups Das war die falsche Ebene jetzt So Die könnt ihr auch verschieben Oder halt auch Einzelnen markieren Und verschieben Wie gesagt Die habe ich ausgeschnitten Weil die Objekte Unterschiedlich breit sein werden Die sie eventuell in der Hand hat Und Ich habe den Apfel wegretuschiert Das könnt ihr hier gut erkennen Alles klar Dann Haben wir das auch schon geklärt Dann habe ich hier in dem Ordner Donja Bereits Haare in schwarz vorbereitet Weil schwarze Haare Also neutrale Schwarz-Weiß Haare Färben sich leichter Als Die originalen Haare Die habe ich aber auch noch dabei In lila Wenn ihr die Färben wollt Die schwarzen Haare Beispielsweise Habt ihr da mehrere Optionen Für alle die sich in Photoshop Vielleicht nicht so gut auskennen Habt ihr da mehrere Optionen Ihr könnt beispielsweise Könnt ihr Bei Bild Korrekturen Könnt ihr Beispielsweise Farbton und Sättigung nehmen Und Hier auf Färben drücken Hier das Täckchen machen Und dann eine Farbe aussuchen Beispielsweise Hier diesen Bräunlichen Ton Und Ihr habt ihr dann die Sättigung Im zweiten Slider Und Hier die Helligkeit Wie ihr seht Kommt auch jetzt schon Ein relativ schöner Braunton raus Relativ Auf die Schnelle Man könnte sich da jetzt Noch ein bisschen länger Damit beschäftigen Und dann auf OK Und dann haben wir noch Einen relativ schönen Braunton Das machen wir jetzt aber rückgängig Dann könnt ihr auch noch Über die Gradationskurven Die Farbe ändern Auch wieder über Bild Korrekturen Gradationskurven Könnt ihr die Farben ändern Das ist etwas Komplizierter Hier habt ihr Jetzt diese Gradationskurven Und Die möchte ich jetzt Nicht näher erklären Das würde glaube ich Den Rahmen des Videos Sprengen Aber Ihr könnt hier oben Einstellen Ob ihr Rot Grün Blau Gleichzeitig ändern wollt Also quasi die Helligkeit Aller drei Farben Also quasi die Gesamtheiligkeit Oder die einzelnen Farben Wenn ich jetzt zum Beispiel Mehr Rot reinnehme Werden die Haare Natürlich automatisch rot Wenn ich jetzt noch Zusätzlich Grün reinmache Werden sie Blond Soweit ist das eigentlich Relativ klar Oder So Ein Blondton Gelbton Wenn ich jetzt noch Die Gesamtheiligkeit Ein bisschen erhöhe Haben wir schon So ganz grob Blonde Haare Das kann man natürlich Noch ein bisschen Verfeinern Und so weiter Und so fort Dann haben wir hier noch Blau Das kann man noch Raus nehmen Dann ändert sich die Farbe Noch weiter Oder halt noch mehr Blau reinmachen Dann wird es Wieder weiß Das ist etwas komplizierter Wie bereits gesagt Aber ihr könnt da Sehr lustige Sachen Mit machen Auf jeden Fall habt ihr Viel mehr Kontrolle Als mit diesem Farbton und Sättigung Aber es ist auch Ein bisschen komplizierter Deswegen sprengt das Jetzt hier auch Ein bisschen den Rahmen Wenn ich das Komplett erklären würde Das Tool Aber ihr könnt da Einiges mit machen Ihr erklärt das Vielleicht mal In einem anderen Video Oder eigentlich vom Prinzip her Gibt es da sicherlich Gute Tutorials Auf YouTube Dazu Oder ihr googelt Oder ihr probiert Einfach ein bisschen rum Gut Dann könnt ihr auch Ja es gibt Viele Varianten Noch Zum Beispiel Über die Farbbalance Noch einfärben Das sieht dann so aus Das Fenster Da habt ihr einmal Die Tiefen Einmal die Mitteltöne Und einmal die Lichter Wenn ich jetzt zum Beispiel Die Tiefen Etwas jetzt zum Beispiel Ins Rot stürzen möchte Dann sieht das Ganze so aus Und jetzt kann ich die Lichter Beispielsweise ins Gelb Bringen Und dann sieht das ungefähr so aus Ihr seht ja Die Schatten sind jetzt rot Und die Lichter sind jetzt gelb Also die hellen Stellen Da kann man aber Einiges noch machen Wie gesagt Ein bisschen rumspielen Rumprobieren Aber das sollte Grob verstanden sein Das Tool Ihr könnt die drei Tools Natürlich auch kombinieren Oder auch andere Tools verwenden Es gibt hier noch Sehr viele Varianten Wie man noch Daran rumspielen kann Auf jeden Fall Kann man dadurch die Haare färben Und Viel mehr Muss ich euch eigentlich Gar nicht dazu sagen Denke ich mal Als nächstes kommen wir Zu dem Gegenstand Der in der Hand ist Beispielsweise Könnte da jetzt Keine Ahnung Ich weiß es nicht Ein Dragon Ball sein So wie ich es gemacht habe Oder Mimi hatte eine Banane drin Oder Einen Apfel hatte ich drin In meinem Originalbild Und ihr könntet da Wirklich alles rein machen Keine Ahnung Eine Pringles Dose Oder Weiß ich nicht Eine Flasche Wasser Habe ich hier nicht zufällig rumliegen Das fällt mir spontan ein Zwinker Und ich werde auch nicht von Pringles bezahlt Okay Also wir machen jetzt mal Grob Erkläre ich euch Wie ihr da was vernünftig einfügt Sollte für die Die Photoshop Kennen Nicht zu kompliziert sein Für alle anderen Erkläre ich es jetzt Einfach mal Zwischen Finger Und Retusche Also wo ich den Apfel Raus retuschiert habe Da müsst ihr eine neue Ebene Erstellen Oder eure bereits vorhandene Ebene Die ihr aus dubiosen Quellen habt Dort einfügen Irgendeine Datei Die ihr irgendwo runtergeladen habt Selbst erstellt habt Was auch immer Fotografiert habt Wie auch immer Dort einfügen In meinem Fall eine neue Ebene Kann ich jetzt zum Beispiel Ebene Objekt nennen oder so Aber spielt keine Rolle Und dann Male ich jetzt hier Ein Pseudo Objekt rein Zum Beispiel So Das jetzt hier Das spielt jetzt keine Rolle Ich will euch nur demonstrieren Wie das überhaupt grob funktioniert Und dann seht ihr Habt ihr hier das Objekt Aber die Hände passen natürlich Überhaupt nicht Also Passe ich die Finger noch ein bisschen Leicht an Verschiebe mir die So Ungefähr Und fertig ist es Schon das fertige Bild Es ist jetzt natürlich Nur ein Pseudo Objekt Das könnte beispielsweise Eine Fernbedienung sein oder so Rein hypothetisch Jetzt von der Form her Ihr habt grob verstanden Worum es geht Werdet kreativ Lasst euch was einfallen Ihr könnt alles mögliche machen Ihr könnt auch das komplette Bild Komplett umretuschieren Mir ist das vollkommen egal Lasst euch was einfallen Muss auch nicht gut sein Ihr könnt es auch theoretisch Im Painten machen Das spielt keine Rolle Macht was ihr wollt Jeder der mir was einreicht Egal in welcher Qualität Der wird im Spiel auftauchen Als Also sein Bild wird auftauchen Und sein Name wird auftauchen Lasst mir die Bilder zukommen Am besten Via Facebook Oder So Schreibt mich einfach irgendwo an Oder Schreibt hier in die Kommentare Irgendwie eine Möglichkeit Wie ich euch kontaktieren kann Irgendwie eine Dass wir Irgendwie In Kontakt treten können Damit ihr mir das Bild Vernünftig zusenden könnt Oder Ihr ladet es irgendwo hoch Und schickt einen Link In die Kommentare Das wäre ja kein Problem Damit ich es runterladen kann Alles klar Gut Ich glaube es sollte eigentlich Soweit verstanden sein Ich lade die Datei hier hoch Das Template Also die Vorlage Ich habe es grob erklärt Es sollte eigentlich verstanden sein Falls es noch Fragen sind Stellt die Fragen in der Videobeschreibung Äh Videobeschreibung Warum sage ich Videobeschreibung In den Kommentaren natürlich Mensch Schon wieder sage ich Videobeschreibung Ähm Ich meine natürlich Kommentare Schreibt einfach in die Kommentare Eure Fragen Ich denke nicht Dass da irgendwelche Fragen Kommen sollten Ja Ihr könnt auch das Bild Anderweitig verwenden Falls ihr wollt Ihr könnt es runterladen Und Warum auch immer In eigenen Spielen Oder in eigenen Projekten Verwenden Ihr könnt es ausdrucken An die Wand hängen Ihr könnt damit machen Was ihr wollt Ihr könnt auch euren eigenen Namen Draufschreiben So tun als wäre es euers Und auf Instagram posten Das ist mir eigentlich Relativ pupe Ihr könnt machen Was ihr wollt mit dem Bild Ihr könnt eure Freunde beeindrucken Sagen Hier das habe ich gemalt Ähm Mir ist das egal Macht mit dem Bild Was ihr wollt Viel Spaß noch Und Reingehauen Wir sehen uns dann Denk ich mal Im nächsten Video Oder hören uns Beziehungsweise Ihr hört mich Naja dann Reingehauen Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal